Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und begrüße euch zum DAX Short Track. Der DAX hat ja eine ordentliche Renni hingelegt. Seit Ende Oktober hat er 2400 Punkte zugelegt, ein neues Allzeithoch erreicht, 17.000 Punkte. Aber in vergangenen Wochen ist die Serie etwas gebrochen. Es wurden nicht sieben Gewinnwochen in Folge, im Gegensatz zu den US-Indizes. Die haben wir noch gut zugelegt in der vergangenen Woche. Der DAX, Schluss nahezu unverändert, leicht im Minus, daher die Serie gebrochen. Es waren nur sechs Gewinnwochen in Folge und leicht abgesetzt von der 17.000. Nun haben wir noch eine vollständige Woche im Dezember in diesem Jahr. Danach Feiertag, Saisonalität normalerweise, der Handel steht zu langsam ein. Deswegen schauen wir heute mal etwas auf das größere Bild, um zu gucken, was kann uns denn in den nächsten Wochen erwarten. Und da ist die große Frage, sehen wir jetzt eventuell Trägerhandel, der Trägerhandel eventuell nur eine Gipfelbildung, um danach diese starke Einstiegsbewegung von 2400 Punkten mal zu konsolidieren. Und welche Ziele da interessant wären, auch im bullischen Muster. Und wo es dann wieder gefährlich werden könnte für den Bullen, das schauen wir uns heute an. Ich hatte ja gestern schon das Market Brief hingebracht, den Wochenausblick. Die Frage gestellt, warum kippt die US-Notenbank um? Das Video verlinke ich euch sehr gerne nochmal. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dort habe ich auch das große Bild mitgebracht, fundamentale Bild, historische Vergleiche. Ich denke, das ist sehr interessant. Schaut es euch sehr gerne an. Ansonsten kommt mit hinein in die Trader-Community, neue Chat-Software installiert. Ihr verpasst gar nichts mehr, von früh bis abend moderiert. Ersten Link in der Videobeschreibung, ganz großen freien Bereich gibt es auch. Schaut mal gerne hinein. Und jetzt schauen wir hinein in die Chart-Bilder und beginnen hier einfach mal mit der Jahresübersicht. Der DAX hier in Candlesticks dargestellt. 20% Performance hat er geholt. Hat gut zum S&P 500 aufgeschlossen. In der vergangenen Woche hat er ihn sogar erreicht gehabt, also in der Vorwoche. In der vergangenen Woche wurde der Abstand wieder größer, weil die US-Indizier sind weitergelaufen. Der DAX hat nicht mehr performen können. Aber auch hier die US-Nebenwerte, Small Caps nach oben gekommen, die Dow nach oben gekommen. Die waren ja vor ein paar Wochen, Ende Oktober, da waren die ja noch Minus mit einer negativen Jahresperformance. Total umgedreht. Das ist die mögliche Zinswende, die vor der Tür steht, wo dann die Small Caps und Mid Caps besser performen können oder ein bisschen aufholen werden. Viel mehr, das ist das Bild hier aus dem Jahresverlauf. Letztendlich war es ein Volatiles. Ja, wir hatten viel Performance im Januar geholt. Dann lange, lange seitwärts bis Oktober. Da waren wir wieder fast auf März-Niveau runtergefallen, um dann die scharfe Rallye zu sehen. Und im Jahresendradio, die dann gekommen ist, wir gucken mal kurz in den DAX-Kursindex, der eigentliche saubere Vergleich zu den US-Indizes. Da sind die Dividenden nicht mit berücksichtigt. Hier ist das Jahr 2000. Der DAX klebt eigentlich ziemlich lange auf diesem Niveau, auf das Jahr 2000. Da hängt er so lange schon fest. Dieses Niveau probiert er sich ja seit über 20 Jahren. Hier 2015, 2017, jetzt Corona-Crash 2020, dann mit der Mega-Geldquote, die wir auf so Market-Briefen gesprochen haben, dass das auch ein ganz wichtiger, neuer Faktor ist, ist da leicht rübergekommen, aber hat sich damals auch nicht abgesetzt. Wir hatten das schon gesagt, dass das ein Worn-Signal ist, dass er sich nicht absetzen kann. Da könnte man nochmal zurückfallen. Ist damals passiert, 2021, dann die Schwäche Richtung 2022 hinein. Jetzt wieder hochgelaufen in diesem Bereich. Und ja, eingezeichnet hatte ich ja schon, dass wir so den möglichen Treibler nach oben sehen können. Ich hatte mir die Trendlinie hinten noch mit angebracht. Eventuell sind wir vorher schon abgedreht. Aber mal gucken, ich glaube, es wird hier etwas steinig werden, der Weg. Denn jetzt sind wir wieder in dieser Kampfzone, die wir hier... Ja, zwei Jahre haben wir in dieser Bereich gekämpft, hier im Kursindex. Jetzt vermutlich wird es nicht ganz so einfach. Sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht sogar ein bisschen stärker, wieder hier auf die rote Linie zurück ungefähr. Ja, was ist das hier? Knapp 50er Fibull-Level der Anstiegsbewegung. Sowas muss man mit einplanen. Mal gucken, wie die Monatskerze, das ist der Monatschart, jede Kerze einen Monat ausfallen wird. Der steht ja schon in kleinen Art dort da. Aber ich glaube, hier sind wir wieder in so einer Kampfzone drin. Allgemein ist es ja eine große Kampfzone. Wir kleben hier, kommt der Ausbruch oder kommt er nicht? Ich glaube, die Chancen sind nicht verkehrt. Dass man diesmal höher laufen kann, wie nachhaltig das dann sein wird. Aber dieser möglichen 3 Welle nach oben sieht erstmal nicht verkehrt aus. Da schauen wir uns jetzt gleich im Detail etwas genauer an. Jetzt gehen wir nämlich hinein in den Performance-Index. Und wir gehen mit einem großen Bild hier im DAX-Quartal. Schaut jede Kerze ein Quartal. Wir haben hier seit 1980, sind wir 20 Jahre nach oben gelaufen. Sauberer Impuls. Hat man nach der Dotcom-Babbel konsolidiert. Sauber konsolidiert. So 5 Welle abgeschlossen. Und dann, ich fand die zeitliche Komponente immer interessant. 20 Jahre hoch. 1980 bis 2000. 3 Jahre konsolidiert. 2003 dann der nächste Impuls, den man aufgeschlagen habe. Ebenso 20 Jahre hoch. Jetzt sind wir meiner Meinung nach, das ist natürlich immer subjektiv, die AJ-Wellen, sind meiner Meinung nach in einer 5. Welle. Heißt, um, Abstoß, es geht richtig los. Ja, das ist die Frage. Die können natürlich, wo das Ende der 5. Welle ist, ist die große Frage. Das war die erste hier, die 2008, 2009 mit der QE-Rallye. War vermutlich die lange dritte. Hatte ich auch noch mal die einzelne Zählung. Habe ich auch noch eingezeichnet. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte. Dann haben wir konsolidiert die Abschlusswelle. Das war mit der Corona-Crash. Da war so ABC runtergelaufen. Und jetzt, habe ich auch schon mal die Zahlen hingeschrieben hier, war eigentlich seit 2020 das Corona-QE-Geldflut die erste, eins. Dann hat man im vergangenen Jahr bis Oktober 2022 diese Rücksetzer, die wir hatten im letzten Jahr, war es die zwei. Und jetzt befinden wir uns schon in der drei. Oder wird es vielleicht nur ein Dreiweller, der nach oben läuft? Kann natürlich auch sein. Wenn es denn die fünfte ist, kann natürlich auch verkürzt sein. Die kann ja verkürzt sein. Kann ich es kurz zurückziehen. Kann ja sein, dass wir hier vielleicht eine Fünfte lassen. Und hier so eine Seitwärtskonsolat. Das kann natürlich auch noch sein. Das ist nicht vorbei. Das ist nicht vorbei. Das wird sich jetzt zeigen. Ich habe jetzt die Zählung drin, weil das ein starker Impuls ist. Das über konsolidieren. Jetzt die aktuelle Rallye, die wir seit Oktober gesehen haben, im letzten Jahr, das war ja auch stark. Habe ich diese Zählung erstmal drin. Gegebenenfalls ein neuer Impuls. Für die lange Fünf. Müsste man sehen. Aber es kann eben gut sein, dass man hier die Fünf auch schon abgeschlossen hat. Und dann hier vielleicht eine Seitwärtskonsolat. Eine hohe Seitwärtskonsolidierung kann ebenso noch leben. Dann beginnt erst ein neuer Anstieg. So wie hier. Dass quasi das hier gebastelt wird, kann natürlich, wie gesagt, seitwärts ablaufen. Geht ja auch so. Warum nicht? Kann ja hinten auch passieren. Die Chance ist auch noch gegeben. Es kommt jetzt auf die einzelnen Bilder an. Aber wie gesagt, DAX Quartalstart ist wirklich das große Bild. Und das ein bisschen einzusortieren. Momentan ist dieses Bild eigentlich seit Corona. Anstiegsbewegung, Konsolidierung ist das erstmal ein bullisches Bild. Dass es auch nicht gestört ist. Und es ist erstmal kein Zeichen fürs nächste Jahr, dass man jetzt irgendein großes Ungemach hätte. Das mittlere Bollinger Band auch immer eine gute Stütze gewesen. Läuft es zu 14.000 hoch. Wenn wir dort mal durchbrechen wieder, wird es vielleicht etwas ernster. Also es ist ein bisschen das Bild. Ja, fünfte Welle. Die fünfte Welle sieht erstmal aus wie ein Impuls. Sieht erstmal aus wie ein Impuls. Vielleicht wird sie ja ganz weit gezogen. Haben wir jetzt hier schwäche Tendenzen. Nehmen wir die Zwischentiefsee raus. Dann müssen wir die Sachen nochmal neu bewerten. Aber erstmal dieser Ansatz, deswegen die neue Zählung. Mal gucken, was hier jetzt kommt. Ob wir in der Tat was Dynamisches reinkommen. Kommt denn eigentlich die Erste, Zweite, müsste eine Dritte laufen. Die müsste sehr dynamisch sein. Das ist vom Quartal zu Quartal ein großes Bild. Das geht weit zurück. Müsste eigentlich ein starker Aufwärtstrend im nächsten Jahr beginnen. Sehen wir das nicht. Sehen wir so Hingedümpe. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass wir hier dann vielleicht schon ein Ort Seitwärtskonsum sind. Und dass wir hier vielleicht eine große Seitwärtsrange dann halten. Lebt dann auch noch. Aber dafür möchte ich dann im nächsten Jahr mal eine Abwärtstendenz sehen. Eine dynamische Abwärtstendenz. Momentan ist die Grundlage dafür erstmal nicht gegeben. Die Grundlage ist, wir haben immer einen bullischen Impuls gesehen. Jetzt gehen wir mal hinein in den Monatschart. Zoomen wir etwas heran. Diese Bewegung haben wir gerade gesehen. Haben wir gerade gesehen auch im Kursindex. Da hatte ich auch den Monatschart offen. Das ist hier das Corona-Tiefen. Das sehen wir hier nochmal im Quartalschart. Quartalschart, hier ist das Corona-Tief. Dieses Bild hier zoomen wir jetzt hier mal rein. Das zoomen wir jetzt im Monatschart hinein. Hier ist der Corona-Abverkauf, den wir hatten. Und danach ging es halt dynamisch nach oben mit der Geldflut, die wir auch gesehen haben. Die eine große Stütze war und vermutlich immer noch eine Stütze ist, weil viel Liquidität im Markt ist. Aber das hier war eben der neue Impuls seit Corona. Impuls. Dann hatten wir 2022 bis Oktober letzten Jahres also dieser Schwächetendenz. Da habe ich auch die Fibo-Levels mal drüber gelegt. Da sind wir eigentlich gelaufen. 38, 2er, 50er Fibo-Level-Zone. Eigentlich gut in eine mögliche gute Konsolidierungsbox hinein. Auch so ein bisschen als Flacke, eine Mastflacke, haben die Sache jetzt aufgelöst, beziehungsweise aufgelöst schon im Oktober des letzten Jahres. Da haben wir ja Corona-Crash-Anstiegsbedingungen. 2022 bis Oktober diese Konsolidierung ins gute Konsolidierungs-Level 38, 2er, 50er Fibo-Zone. Und von dort sind wir wieder dynamisch gestartet. Das ist ein dynamischer Anstieg gewesen seit Oktober 2022. Und dann wieder ein bisschen konsolidiert und wieder hochgelaufen. Also das Bild seit Corona eigentlich gut bullisch. Dynamisch hoch, konsolidiert, fast 50er Fibo-Level, alles vollkommen in Ordnung. Nächste dynamische Bewegung. Und auch Untergrund dieser Bewegung seit 2021 hat sich auch ausgebildet. Also Tasse mit Henkel dran. Eigentlich auch eine Vorlage. Boah, hier könnte, da ist mal hier bei diesem Thema wieder, vielleicht eine lange Dritte entstehen. 1, 2, äh, hier waren wir 1, 2 und hier die lange Dritte. Also hier vielleicht ein starker Impuls entstehen kann. Ein bisschen ist ja auch die Kappel-Händel leicht erkennbar. Also die Vorlage ist zumindest gegeben in buddischer Struktur. Die Sache einfach hier seit 2020 mal einzusortieren. Kappel-Händel auch da. Und jetzt müssen wir sehen, ob hier neue Bewegung aufkommen kann. Vermutlich. Hier habe ich auch so einen kleinen Keil eingezeichnet. Bietet sich aber hier im Monatschart dann auch nochmal. Mal sehen, wie wir jetzt abschneiden werden. 17,1 ist knapp ein bisschen unter. 17,1 ist ja die obere Verbindungslinie. Bleiben wir unterhalb. Bietet sich auch mal eine Konsolidierung an, wo wir wieder ein bisschen runterlaufen können. Und das wäre vielleicht im nächsten Jahr dann eine, ja, das, was man dann erwarten kann im ersten Quartal. Jede Kerze hier einen Monat. Wie gesagt, hier der Keil. Könnt ihr den sehen. Den laufen wir quasi hoch. Hier einmal hochgelaufen und hier runtergefallen. Der schwachen Saisonalität in diesem Jahr. Dann seit Oktober die Aufwärtstendenz wieder hier hoch. Dann nächsten Jahr vielleicht mal die Schwächetendenz. So ist das hier für eine Zone 15,6, 15,8. Um danach wieder hochzulaufen. Und dann sind wir vielleicht bei 17,5, 17,6. Könnten wir dann holen. Das ist ein bisschen mein Szenario, was ich mir jetzt vorstelle. Für die nächsten Wochen und wenigen Monaten. Dass wir hier oben toppisch werden können. Unterhalb der 17,1 toppisch werden. Aber nicht unbedingt bearisch toppisch. Sondern, dass wir danach eben was draufpacken können. Und hier Corona, 2022, tief Oktober. Dann nach oben. Dann hier die Konsolidierung in diesem Jahr. Im Sommermonat und bis Ende Oktober. Dann der starke Aufwärtstrend. Hier die Schwächetendenz. Nächstes Jahr dann die Schwäche. Die kann andauern. Bis Februar, März ist das auch denkbar. Und dann der nächste Impuls. Und das ist jetzt hier mein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Heißt, Anfang nächsten Jahres, erste Quartal. DAX 15,6. Kommt ein bisschen drauf an, wann wir hinlaufen. Wie schnell wir sind. Sind wir hier schon Januar, Februar. Dann wäre die 15,6. Eine mögliche Zone. Etwas ansonsten weiter oben. 15,8. So wie diese Zeichnung ist, wäre das mein Szenario. Danach nochmal direkt Bullisch anzugreifen. Dann müsste hier aber Dynamik kommen. Also ich sehe eine große Bullische Formation. Ich möchte dann eigentlich auch Dynamik sehen. Wenn wir hin und her dümpeln. Gut möglich, dass dann im Anschluss noch viel mehr Druck aufkommt. Und wir vielleicht doch nochmal richtig kollabieren. Und dass dann diese Cup and Handle, die auch bei den US-Indizes sehr prominent zu sehen sind. Zu prominent zu sehen sind. Und die Sache dann doch wieder kollabiert. Alle schauen drauf. Oh, die Mega-Formation. Wir ziehen oben durch. Nächste Jahr mega Bullisch. Ja, wie es dann ist mit den ganz offensichtlichen Formationen. Dann wird es vielleicht doch aufgelöst. Und wir sehen nochmal ganz tiefe Kurse. Das wird sich dann zeigen. Das ist momentan erst mal der Pfad für die nächsten Wochen. Für die nächsten Monate. Die ersten nächsten Monate im nächsten neuen Jahr. Und wie es dann hier weitergeht. Ob man jetzt wirklich so hindümpelt. Dann wäre schon was, wo eigentlich Dynamik rein muss. Ja, so ein Hinweis. Mal gucken, ob der DAX das so deutlich durchziehen kann. Stabilisieren wir uns. Schaffen wir jetzt noch den Rand in den Jahresschluss über die 17.1. Und ja, das ist für mich eigentlich direkt ein bullisches Zeichen, dass man auch gleich weiterziehen kann. Da kann man vielleicht sogar auch die DAX 18.000 Anfang nächsten Jahres holen. Also jetzt wieder Anschlusskäufe fehlt. Ein hoher Jahresschluss Richtung über 17.1. Da ist für mich die Chance ergenehm, dass man im nächsten Jahr etwas draufpacken und erstmal nicht konsolidieren. Also erst was draufpacken und danach dann eben die Konsole wird kommen. Die wird sowieso kommen. Aber dann könnte man erst nochmal einen Umweg auf der Oberseite suchen. Und das ist primär mein Basisszenario. Dass wir jetzt topisch wären und auf der Unterseite 15.6. Ist eine gute Zone, die man dann ansteuern könnte. Der hat auch diese Bewegung gut konsolidiert. Sicherlich knapp bis zum 50er Fibulevel. Jetzt zoomen wir in den Wochenschort hinein. Jede Kerze ein Monat war hier. Jetzt zoomen wir in dieses Bild hier hinein. Diese Ecke hier, die wir hier haben. Im Wochenschort. Hier ist nochmal das Tief. Vom letzten Jahr. Hier sehen wir noch den Hochlauf von Corona. Die Konsolidierung von der Corona. Was ja durchaus alles Bullish war. Bis Oktober des letzten Jahres. Da hat man die Anstiegsbewegung Oktober des letzten Jahres. Ich mache die Bollingerbänder hier aus. Jetzt ist die Zeichnung schon drin, die ich gerade gezeichnet habe. Da hat man diese Anstiegsbewegung. Da haben wir diese Bewegung konsolidiert. War ja auch im ersten Blick erstmal Bullish. Aber auch ein kleines Aber muss hier auch gesetzt werden. Also die Bewegung von Oktober des letzten Jahres. Die erste Bullish Bewegung. Hier hat man dann Juni, nur die Sommermonate, die Konsolidierung. Aber sieht ja erstmal in Ordnung aus. Hier hat man den Impuls. Den haben wir dann hier konsolidiert. Eine ziemliche Flagge. Und die haben wir dann aufgelöst in den letzten Wochen. Also seit Ende Oktober im Bullischen Muster. Hier ist auch nochmal der Keil zu sehen. Und die Zeichen, die ich eben euch präsentiert habe. Das kleine Aber. Ich habe ja Probleme, einen Impuls einzuzeichnen. Zumindest hier beim Cetra Dax. Ja, das ist ja eine erste, zweite, dritte, vierte. Die vierte läuft schon rein in die erste. Das darf in dem Impuls eigentlich nicht passieren. Und dann die fünf. Okay, vielleicht ist es ein unsauberer Impuls. Aber ist kein schöner. Es ist einfach, wenn man ganz streng ist, ist es keiner. Da ist es eigentlich keiner. Aber was es ist, hier war definitiv, ging es dynamisch nach oben. Dann haben wir definitiv, wie so eine Bullenflacke, konsolidiert. Auch sehr gut Richtung 38, 2er Fibulevel. Hier auch nochmal zu sehen. Also auch gute Zielzone gehabt. Und von dort sind wir dynamisch ausgebrochen. Auch wenn das erste Bild ein kleines Aber. Es ist wirklich kein sauberer Impuls. Aber vom Gesamtbild passt es natürlich in einem bullischen Kontext. Aber es ist ein kleiner Schönheitsfehler. Da mal gucken, dass man hier vielleicht eben nicht dynamisch, sondern vielleicht ein Auslauf in diesem großen Keil, so wie ich es eben hier gezeichnet habe. Dieses Szenario. Dass man dann das vielleicht doch anstrebt. Und dann wieder Schwäche sehen hinten raus. Mal sehen. Also hier im Wochenchart jetzt. Die aktuelle Wochenkerze war keine grüne. Erstmals auch eingetrübt. Bietet vielleicht für die Bullen was. Hier ist die Zeichen. Jetzt hat er die mit übernommen aus dem Wochenchart. Ja. Kann hier erst der Gipfel sein. Vielleicht auch knapp an der 17.1. Aber auch hier so. Es riecht nach Topbeschwerden. Dass wir in Richtung Trend runterlaufen können. Und dann haben wir ungefähr. Ich kann ja mal die Fibuleveles drüberziehen. Da sind wir hier. Ja. Das ist ziemlich genau das 50er. Die 15.6. 15.8. Wäre eine gute Zone, die sich anbieten würde. Wo habe ich das Ziel gerade eingezeigt. Wäre der Februar. Laufen wir noch schneller runter. Schneller konsolidieren. Dann haben wir die Chance sogar etwas. Vielleicht unter die 15.6. Zu laufen. Wo ist das? 61.8. Das ist an der 15.5. Zum Beispiel. Wenn wir sehr schnell runterfallen. Bereits im Januar. Dann wäre auch das 61.8. Um eine Meile nach. Knapp unter der 15.6. Ein lohnenswertes Ziel. Das wäre alles nicht so dramatisch. Das wäre alles nur eine Konsolidierung. Dieser sehr scharfen Anstiegsbewegung. Und danach gute Chancen. Wieder abzumarschieren. Nach oben. Deswegen sage ich ja. Konsolidierung. Sie wird kommen. Und dort bieten sich bessere Einstiegsmöglichkeiten. Alle, die jetzt sagen. Jetzt läuft die Relle. Es geht immer weiter. Viele kaufen dann hier oben. Einfach immer zu teuren. Und aktuelle Wochen. Kerze. Schwäche. Schauen wir mal auf die einzelnen Wochen. Cluster. Die 16.800. Erste relevante Zone. Bleiben wir dort direkt oberhalb. Verteiligen wir den Bereich. In den letzten zwei Wochen. Es passiert meistens gar nicht mehr so viel. Und es ist eher fester. Bleiben wir oberhalb. Halten die Bullen auch ihre Chancen. Alle Vorteile in der Hand. 16.950 könnte angesteuert werden. Darüber die Verbindungslinie an der 17.030. Kommen wir dort rüber. Werde 17.100 aufs Korn genommen. Und darüber, wie gesagt, gut möglich. Dass wir dann doch noch mehr draufpacken wollen in der Rallye. Und dann geht es eher noch mal 150 Punkte weiter auf der Oberseite. Haben wir Probleme an der 16.8. Ja, dann bietet sich die Chance für eine Konsolidierung an 16.720 wieder im Blick. Dann die 16.6. Und ab der 16.6 wäre die Chance gegeben, dass wir doch schon etwas mehr Dynamik aufbauen können. Vielleicht sogar im Bereich der 16.400. Mein Basisszenario ist das. Und für die Saisonalität Ende des Jahres brennt nicht mehr viel an. Wollte ich eine Top-Bildung, könnte ich mir vorstellen. Also, hier passiert nicht mehr viel. Wir geben unten nicht viel. Oben holen wir auch nicht mehr viel. Aber hier vielleicht zwei Wochen, zwei Gipfelkerzen ausbilden. Ein Gipfel braucht auch seine Zeit. Das sind drei Kerzen. Hier sind mal vier Kerzen gewesen. Wir haben jetzt nur eine Wochenkerze hier oben stehen. Hier passen auch locker noch zwei, drei daneben. Dass wir vielleicht die persönlichen Jahresabschlüsse nur als Top-Bildung sehen. Basteln hier noch eine Kerze sehen, hier noch eine Kerze, hier noch eine Kerze. Und Anfang nächsten Jahres, beziehungsweise zur zweiten Januarwoche dann, weil erste Januarwoche gehört auch noch mit zur Center-Rallye, also Weihnachts-Rallye, die vermutlich nicht groß kommen wird, aber man auch nicht hergeben wird, haben wir hier noch mal drei Wochenkerzen. Und danach könnte dann vielleicht der Abwärtstrend hier an Ford aufnehmen. Im besten Fall dann konsolidieren. Das muss dann wieder so als Flagge, so ein bisschen wie hier. Anstiegsbewegung, Flagge, das hier im Kleinen, eine Anstiegsbewegung, Flagge, dass das dann hier in meinem Basisszenario aufkommt und wir dann den Weg suchen, Januar, Februar Richtung 15, 6, 15, 8. Das ist meine Basisannahme, eine Basisannahme, dass jetzt nicht mehr viel passiert diesem Jahr. Vermutlich nur kleine Wochenkerzen ausbilden, die aber dann einen Gipfel darstellen. Drei Wochenkerzen ungefähr mit der ersten Januarwoche und dann die Gefahr einer Konsolidierung. Wenn die so läuft, wie gezeigt, in Flagge wäre es in dieser Zone, wäre das ein bullisches Zeichen. Stark, was die Bären brauchen, ist starke Abwärtsdynamik. Am besten über das 61, 8, unter die 15, 5. Das müssten die Bären eigentlich sehen. Dann könnte man richtig ärgern. Aber das ist erstmal hier mein Basisszenario, was ich euch hier skizziert habe. Wir gehen noch kurz hinein in den Tagesshort, beziehungsweise auch nochmal in die Bild hier am Tagesshort. Hier ist nochmal mein Basisszenario eingezeichnet. Das ist hier, das war das Tief vom letzten Jahr, Oktober, die Anstiegsbewegung, die ich euch eben schon gezeichnet habe. Hier sieht es ein bisschen, das ist auch kein sauberer Impuls. Wenn man den durchlaufenden Kosten beim Future, ist, glaube ich, ganz ähnlich, könnte man hier eine 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, auf, 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 hier, Seite, so richtig, also das hinten raus gefällt es mir nicht. Aber es muss nicht immer der ganz saubere Impuls sein. Fakt ist, dass das starke Bewegungswesen hier konsolidiert und hier wieder stark aufgelöst, dynamisch aufgelöst, passt in eine bullische Struktur hinein. Und ja, auch hier der SMA 200 zu sehen, wo läuft der bei 15, 7, Wurde auch passen, meine Annahme-Szenario. Hier wird es dann eben topisch. Auch ein Top braucht meistens etwas Zeit, dass wir hier vielleicht auch eine Doppelspitze noch ausbilden können im Januar, Ende Dezember, vielleicht erste Januarwoche, sowas hier. Und dann laufen wir, was ist das hier dann Ende des Jahres, topisch langsam runter, vielleicht ABC, vielleicht eine Flagge. Das ist jetzt das Szenario hier im Tagesshot einfach nochmal gezeigt. Ja, ein bisschen meine Basisanlage. Da haben wir eigentlich das so ein bisschen rangezoomt, von seit dem Corona-Crash über die Zeitebenen. Aber alles immer wieder letztendlich in Buller-Straustruktur. Corona, QE-Rally konsolidiert 2022, dann Oktober 2022, wieder eine Rallye nach oben. Dann haben wir seit Mai schwache Saisonalität bis Ende Oktober konsolidiert und wieder einen dynamischen Impuls. Primär schaue ich aber jetzt erstmal auf diesen Keil. Dieser Keil ist für mich relevant und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns da auch ein bisschen aufhalten können. Vielleicht, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, wirklich die Konsolidierung hinziehen, vielleicht so wie eine lange, langgezogene Flagge. Die war ja auch langgezogen. Vielleicht ziehen wir die ja ebenso lang. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Nicht ganz so lang, aber so ungefähr. Dann kann es auch sein, dass man mit der Keil-Unterkante, die wir hier sehen können, dass wir die dann ansteuern können. Steuern die mal erst im März an. Und das wäre dann, ja, trotzdem die 15,6 knapp. Und knapp die 15,6 und zugleich die Keil-Unterkante und starten dann von dort durch. Also die Zeitkomponente, weiß ich nun auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen zu dynamisch. Im besten Fall ist das ja die dynamische Bewegung im Spitzenwinkel und dann hier so etwas flach läuft. Sowas ist denkbar, ne? Aber ich glaube, das erste Quartal bietet sich ein Rücksetzer ein Richtung 15,6, 15,8. Also hier im Tagesshort nochmal gezeigt. Hier die Top-Bildung. Nächsten drei Wochen. Passiert nicht viel langweiliger Handel. Und wenn es so ist, dann muss es ja nicht unbedingt um den Bullisch an, sondern kann eben eine Top-Bildung sein. Am besten die Tageskatzen auch im Oben lang doch stehen lassen. Und danach können wir dann vielleicht mal hier so eine kleine Flacke reinbasteln. Analog diesen vorangegangenen Bewegung. Das war es im Großen, das im Kleinen. Ja, das ist ein bisschen mein Szenario. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle verstanden, was ich meine. Ich versuche immer ein bisschen durch die Zeitebenen zu gehen, das übergeordnete Bild ein bisschen zu zeigen. Und das habe ich hiermit getan. Wir gucken noch kurz auf die Cluster für Montag. Auch nochmal rein hier in den Kassamarkt für den DAX. Aufwärts-Trendkanal ist weiterhin intakt. Erste relevante Zone wäre die 16.8. Bleiben wir, wie gesagt, auch hier oben Chance gegeben, die Spanne zu 16.950 mit Zwischenschule 900 zu halten. Kommen wir da drüber. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir 17.030 noch testen können. Darüber 17.100. Darüber, wie gesagt, dann wird eher alles oberhalb der 17.1. Dann kann die Rallye noch fortgesetzt werden. Aber alles unterhalb, dann ist das Basisszenario wie gezeigt. Und guck mal, wie lange wir schon überkauft sind. Wir sind überkauft seit Mitte November im überkauften Niveau. Deswegen mal vorsichtig, alle schauen, oh, der Markt ist so überkauft. Das ist kein Umkehrsignal. Überkauft den Niveaus können lange erhalten bleiben. Also alles oberhalb der 17.1. Dann kann mehr kommen. Unterhalb der 16.8 hingegen 720. Und untere Trendlinie wäre am Montag 6.80. Wäre das die erste Range. Fallen wir dort durch, könnte man die 600 aufs Korn nehmen. Ich gehe davon aus, die Tageskerzen werden jetzt kleiner. Und wir werden uns vermutlich in dieser Range hier aufhalten. Bis zum Jahresende. Jahresende, da nimmt man sich einfach, lässt man nicht mal, möchte man sich Butter nicht auf dem Brot nehmen lassen. Gibt es ja auch viele Investoren, die möchten jetzt im positiven Jahresabschluss. Die Saisonalität meistens fest, geringe Wohler. Es wird er sich einfach für die Top-Bildung anbieten, die ich jetzt im Basisszenario erwarte. Und ja, das ist ein bisschen das Szenario für die nächsten Wochen und wenige Monate. Ungefähr von mir aus bis März würde passen. Starke Anstiegsbewegung, ein gutes Zeichen. Wir sind in bullischen Strukturen. Es ist kein Grund zu bearish zu sein beim DAX. Und diese Anstiegsbewegung seit Ende Oktober wird konsolidiert. Meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich müssen wir nochmal unter die 16.000. Zone 15.6, 15.8. Kommt auf die Zeitkomponent an. Laufen wir in konsolidierend Muster runter. Bietet sich danach eine neue bullische Attacke an. Und dann, ja, dann mal sehen, wie es weitergeht. Das schauen wir dann. Das ist mein Szenario für die nächsten Wochen. Eure Meinung ist gerne gefragt. Was meint ihr? Passt das so? Habe ich Quatsch erzählt? Seht ihr das ganz anders? Wir haben ja auf der Unterseite kollabiert. Da brauchen wir aber Abwärtsdynamik deutlich unter die 16.000. Dann könnte das Bild wieder kippen. Eure Meinung ist sehr gerne gefragt. In Kommentarspalte schreibt es mal hinein. Würde mich interessieren. Ansonsten kommt mit in die Trader-Community. Immer wenn was am Markt passiert, verpasst ihr dort nichts. Live-Chat, alles kommentiert, moderiert von früh bis abend. Würde mich freuen, wenn ihr mit vorbeischaut. Das gerne nur in dem freien Bereich. Es gibt für jeden etwas ersten Link in der Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen im Trading-Chat oder natürlich noch hier auf diesem Kanal. Ich werde noch Nasdaq anschauen, S&P anschauen, Dow Jones. Vermutlich auch so ein bisschen einzelne Videos, weil der Handel jetzt etwas einschlafen wird. Da können wir mal etwas genauer drauf schauen. Das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns. Bis bald und ciao. Bis bald undberly. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.